Früher, da hätte ich sie alle haben können. Inge, haben sie gesagt, du siehst so wunderbar aus, du verdrehst uns allen den Kopf. Einmal haben sie sogar zwei Herren wegen mir geprügelt. Tja, jetzt bin ich alt und schrumpelig, leider. Aber ich war einkaufen und sehe wieder absolut sexy aus, oder? Den Wandel als Neuaufbruch begreifen. Vom 14. bis 16. Februar 2013 auf dem ökumenischen Kongress Kirche hoch 2 in Hannover Von wegen, früher war alles besser.